Hier sieht man unsere wunderschöne Aurela. Sie hat heute auch das Glück, auf eine Pflegestelle zu reisen. Sie ist circa zwei Jahre alt. Sie hat super viel Fell, aber auch ganz schön flauschiges Fell. Sie ist hier den Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen, auch anderen Hunden gegenüber vertraut. Sie hat hier auch schon das Geschirr und die ersten Schritte an der Leine gemacht. Jetzt ist sie noch auf der Suche nach einem tollen Zuhause und kann auf ihrer Pflegestelle besucht werden. Zuhause!